In diesem Video zeige ich dir die drei größten Nachteile, die ein kleines Home-Recording-Studio in Bezug auf ein großes professionelles Tonstudio hat und wie du diese Nachteile in Vorteile verwandeln kannst. Geht los! Sind wir ehrlich, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich beim Thema Home-Recording wahnsinnig viel getan. Wenn du vor 20 Jahren ein Album aufnehmen wolltest, führte in der Regel kein Weg mehr an einem großen professionellen Tonstudio vorbei und das war für viele Bands sowohl organisatorisch als auch finanziell eine große Herausforderung. Heutzutage ist es durch leistungsfähigere Computer, erschwinglichere Hardware und ausgefuchsten Plugins viel einfacher geworden, im Home-Recording-Studio professionelle Tonaufnahmen zu machen. Trotzdem haben wir heute immer noch in unseren kleinen Home-Studios ein paar entscheidende Nachteile gegenüber großen professionellen Tonstudios. Meiner Meinung nach sind das drei hauptsächliche Nachteile und ich erkläre dir jetzt, wie du diese Nachteile in deinem Home-Studio kaschieren oder sogar in Vorteile verwandeln kannst. Fangen wir an mit Nachteil Nummer 1 und das ist, dass du in deinem Home-Recording-Studio in aller Regel keinen Regieraum hast. Das heißt, dein Mixing-Raum und dein Aufnahmeraum sind in der Regel der gleiche. In einem großen Recording-Studios gibt es meistens mehrere Räume und eben einen Regieraum. Der große Vorteil jetzt für den Recording-Engineer dort ist, dass er während des Soundchecks schon den Sound einstellen kann. Für die Sängerin, für Instrumente oder für was auch immer. Das heißt zum Beispiel, die Sängerin steht in einer Vocal-Booth und macht ihren Soundcheck und währenddessen kann in der Regie der Ton-Engineer den Sound schon einstellen. Er kann verschiedene Vorverstärker ausprobieren, verschiedene Kompressoren oder EQs und er kann Mikrofone auswechseln, um so den bestmöglichen Sound für diese Sängerin rauszuholen. Du hingegen im Tonstudio kannst das nicht. Stell dir mal vor, du machst eine akustische Drum-Aufnahme und der Schlagzeuger macht einen riesen Lärm hinter dir und du sitzt nur mit Kopfhörern bewaffnet zwei Meter vor ihm. So wird es natürlich schwierig, deine Einstellungen direkt hören zu können. Was ist jetzt die Lösung für dieses Problem? Ganz einfach, du musst den Soundcheck aufnehmen. Lass also deinen Schlagzeuger oder deinen Künstler ein paar Takte spielen, nimm diese Performance auf und hör sie dann ab. Und während du diese Aufnahme anhörst, vom Soundcheck kannst du deine Einstellungen vornehmen. Du kannst auch hier schon Kompressoren oder Equalizer in die Kanalzüge laden und einstellen und kannst sie so anpassen, wie in einem richtigen Recordingstudio, in dem du praktisch deinen Vorverstärker simulierst, über die dieses Drumset aufgenommen wird. Mit dieser Methode kannst du dir sicher sein, dass du Spuren in der Aufnahmequalität bekommst, die du dir auch wünschst. Der zweite Nachteil für Home-Recordingstudios, beziehungsweise Vorteil für professionelle Tonstudios, ist, dass diese meistens eine sehr große Auswahl an hochwertigen Mikrofonen, Vorverstärkern, Kompressoren und Equalizern haben. Diese teuren Hardware-Units kosten meistens mehrere 10.000 oder gar über 100.000 Euro. Oft sind auch Studio-Legenden, wie zum Beispiel eine Originaleinheit von einem LA-2A-Kompressor oder von einem Manley-Equalizer dabei. Das können wir uns als Home-Recording-Besitzer einfach nicht leisten. Wenn du jetzt aber als Home-Studio-Besitzer auf den warmen und oft gewünschten Sound von diesen Hardware-Units nicht verzichten möchtest, dann musst du dir gute Plug-Ins besorgen, die diese Hardware-Einheiten emulieren. Ich gebe dir mal zwei Beispiele aus meinem Arbeitsalltag. In einem großen Studio in Stuttgart, in dem ich lange gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel sehr gerne für Gesangsaufnahmen den Tube-Tag-Kompressor benutzt. Das ist auch so eine Studio-Legende. Der kostet über 4.000 Euro. Der ist gerade für Gesangsaufnahmen super während der Aufnahmesession, weil er die Pegelspitzen schön abfängt, weil er schön musikalisch komprimiert und weil er einfach diese warme, satte Klangfärbung hat. Das habe ich jetzt hier in Spanien im Projektstudio nicht und 4.000 Euro möchte ich jetzt hier auch nicht ausgeben dafür. Und deswegen kannst du dir ein Plug-In besorgen, zum Beispiel in diesem Fall von der Firma Softube, die genau diesen Tube-Tag-Kompressor emuliert hat. Und das Ergebnis finde ich ziemlich gut. Das zweite Beispiel ist die Manly Vox Box. Die habe ich hier auf dem YouTube-Kanal auch schon vorgestellt. Ich liebe dieses Tool. Es kostet aber auch, glaube ich, um die 4.000 Euro. Und auch da habe ich sehr gerne Bass oder Gesang aufgenommen. Das ist ein Mikrofonvorverstärker, hauptsächlich für Vocals. Und der funktioniert auf viele Sänger einfach wunderbar. Auch für diese tolle Hardware-Unit gibt es eine Emulation. In diesem Fall hat die Rechte, glaube ich, nur Universal Audio. Und diese kostet, glaube ich, um die 200 Euro. Wenn du dir solche Plug-In-Emulationen kaufst, dann rate ich dir, den Sänger auch direkt darüber einsingen zu lassen. Das heißt, du lädst dieses Plug-In in den Kanalzug, stellst es beim Soundcheck, wie gerade erklärt, so ein, dass es passt und lässt den Sänger bei der Aufnahme direkt da durchsingen. Danach kannst du die Spur direkt runterbouncen fürs Mischen. So sparst du auch wieder Arbeitsspeicher. Und kannst somit eine hochwertige Aufnahmekette simulieren. Apropos hochwertige Signalkette. Wenn du mit deinen Aufnahmen in deinem Tonstudio noch nicht so wirklich zufrieden bist und du weißt nicht so richtig, auf was du achten musst und wie du einen Aufnahmetag richtig organisieren kannst, dann empfehle ich dir mein PDF in sieben Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du es runterladen. Da erkläre ich dir genau meine bewährte Best Practice, wie ich meine Künstler, meine Bands, meine Sänger aufnehme. Und zwar in sieben einfachen Schritten. Und du wirst erstaunt sein, es geht dabei sehr, sehr viel gar nicht ums Equipment. Denn hochwertiges Aufnahme-Equipment ist die eine Sache, aber es gibt auch noch ganz viele andere entscheidende Faktoren, die wichtig für eine sehr gute Aufnahme sind. Also unbedingt runterladen und im ersten Kommentar in sieben Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Machen wir weiter mit Nachteil Nummer 3 bzw. Vorteil Nummer 3 für große Tonstudios. Die haben nämlich nicht nur eine große Auswahl an Mikrofonen und Vorverstärkern und Kompressoren, sondern sie haben oftmals auch eine Auswahl an Instrumenten und Gitarren-Amps, die der Kunde benutzen kann. Im Tonstudio B in Stuttgart zum Beispiel hatten wir drei oder vier große Drum-Sets, von denen der Kunde sich eins aussuchen konnte, viele Gitarren-Amps, Gitarren, sogar eine echte Leslie-Box, eine Hammond-Orgel und so weiter. Professionelle Tonstudios bieten das ihren Kunden an. Das heißt, du musst dein Schlagzeug im besten Fall dort gar nicht hinschleppen. Und jetzt ist natürlich klar, dass die Kombination aus hochwertigen Vorverstärkern und Mikrofonen und Studio-Klassikern, dass diese Kombination die Chancen für sehr gute Tonaufnahmen massiv steigern. Für uns in unseren kleinen Home-Studios ist so eine riesige Auswahl meist weder finanziell noch von den Räumlichkeiten her machbar. Und die Lösung hierfür heißen virtuelle Instrumente. Und wenn du jetzt das Gesicht verziehst und sagst, ach nee, geh mir weg mit virtuellen Instrumenten, ich will einen richtigen Gitarren-Amp aufnehmen, ich muss unbedingt ein akustisches Schlagzeug haben, dann kann ich dir nur sagen, du wirst dich wundern, wenn du wüsstest, wie viele programmierte Drum-Sets auch bei Rock-Produktionen du mittlerweile hörst. Es gibt inzwischen viele Plug-Ins, zum Beispiel Easy Drums oder Addictive Drums, in denen legendäre Drum-Sets mit legendären Mikrofonen in legendären Studios aufgenommen worden sind und das sehr gewissenhaft und damit kannst du wirklich viel machen. Das gibt es nicht nur für Drums, das gibt es auch für Bass, das gibt es auch für Gitarren und Tasteninstrumente. Selbstverständlich ist es natürlich, und das sage ich immer, immer besser, wenn du das selbst anspielen kannst, wenn du einen individuellen Signature-Sound haben möchtest, natürlich dich auf deine eigenen Amps zu verlassen, die so zu mikrofonieren, wie du möchtest, oder deine Drums so zu mikrofonieren, wie du das möchtest. Das ist immer besser. Aber ich sage dir auch, something is better than nothing. Das heißt, bevor du also frustriert in deinem Home-Studio sitzt, weil du dir das Equipment nicht leisten kannst und gar nichts machst, ist es immer noch besser, wenn du virtuelle Instrumente benutzt. Jetzt interessiert mich natürlich noch brennend deine Meinung. Habe ich jetzt hier kompletten Stuss erzählt und es ist immer noch das A und O, für eine professionelle Album-Produktion in ein großes Tonstudio zu gehen? Oder hast du für dich auch schon eine Lösung gefunden, im Home-Studio sehr gut klingende, professionell klingende Aufnahmen zu machen? Was ist dein Weg? Wie gehst du vor? Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich riesig bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!